So, kommt nur herein, kommt nur. Seht nur, Kinder, wie schön es bei mir ist. Seht nur, Kinder, wie schön es bei mir. Kinder, wie schön es bei mir ist. Sein Tisch lässt sich decken. Nun, lasst es euch schmecken. Nun werde ich mir mein Mal bereiten. Fliegenpilz und Schwefelkopf fix in einen Zinnentopf. Pilzenkraut und Pferdepoß. Noch ein wenig Ofenruß. Eselspitze. Dann zum Schluss. Das wird ein Hochgenuss. Eskalt. Eskalt. Eiskalt! Hat's geschmeckt? Na, dann kommt mal her, Kinderchen. Nun sind die Kinderchen satt. Nun müssen die Kinderchen schlafen. Oh, meine Kinderchen, da schläfst du. Und da schläfst du. Gute Nacht, Kinderchen. Gute Nacht. 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 Erst lockt ich sie, dann packt ich sie. Nun mäßt ich sie, dann fress ich sie.